Vielen Dank. Christian Björnsen mit fünf Toren. Auf Seiten des SC Magdeburg erfolgreichste Werfer heute Michael Damgaard mit zehn Treffern sowie Robert Weber mit acht Toren und Mess Christiansen mit vier Treffern. Diese statistischen Werte zu diesem Spiel. Wir begrüßen recht herzlich Kai Wandschneider, Trainer der HSG Wetzlar und bitten um seinen Kommentar zu diesem Spiel. Ja, guten Abend. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Bennett, Steffen und den SC Magdeburg zum Sieg. Ich denke, dass wir uns hier sehr stark präsentiert haben. Wir waren eigentlich das ganze Spiel über auf Augenhöhe. Wir haben auch dann einen Vier-Tore-Rückstand nochmal aufholen können, egalisieren können. Ich glaube, in der 51. stand es unentschieden. Und letzten Endes haben ein paar Details das Spiel entschieden. Aber es war eine, finde ich, starke Antwort unserer Mannschaft auf unser schwaches Spiel gegen Bergische HC. Das macht Hoffnung für die nächsten Spiele. Wir haben uns eigentlich jetzt in jedem Spiel bis auf Bergische HC stark präsentiert. Ob das in Hannover war, da sind wir in die Quantsch-Time gekommen, hatten eine Chance auf den Punkt. Heute hier, denke ich, auch. Und ja, da müssen wir noch weiter daran arbeiten, dass wir halt in bestimmten Situationen dann ja noch kühler agieren. Zweite Halbzeit hat uns ein bisschen gefehlt aus dem Tor die Unterstützung. Also wir hatten nur noch zwei gehaltene Bälle. Das spielt sicherlich dann auch mit eine Rolle. Aber alles in allem, sage ich, das war auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Dankeschön. Dankeschön, Kai Wandschneider für diese Worte zum Spiel. Jetzt der Trainer des SC Magdeburg, Bennett Wiegert, bitte. Kai, vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Wir freuen uns natürlich sehr, dass die zwei Punkte heute Magdeburg geblieben sind. Da wir uns ja in den letzten Jahren bekanntlich sehr, sehr schwer mit Wetzlar getan haben. Und das hat uns heute gar nicht verwundert, dass es heute eh nicht der Fall war. Ich finde auch, dass Kai das super analysiert hat. Das trifft es auf den Punkt. Ein Riesenkompliment auch an Wetzlar. Es war der erwartet starke Gegner. Das war ein gutes Handballspiel. Das muss man mal wirklich so analysieren. Von beiden Mannschaften, auch vom Kämpferischen, vom Spielerischen. Ich glaube, da war alles drin, warum wir unseren Sport so lieben. Deswegen keine Analyse heute mal von mir. Glückwunsch an meine Mannschaft, dass sie vor allen Dingen in diesen Crunch-Time-Phasen wirklich cool geblieben sind. Wir haben eine hohe Angriffe heute hinbekommen. Vielleicht lassen wir in der Anfangsphase den einen oder anderen Ball noch liegen im Abschluss. Aber bei den wenigen Angriffen, gefühlt sind es weniger als normal, war das eine hohe Effektivität unserer Mannschaft heute. Zum Schluss möchte ich gerne noch eine Sache sagen, die nichts mit dem Spiel zu tun hat. Die mir wirklich am Herzen liegt und wirklich wichtig ist, auch loszuwerden. Ich habe, glaube ich, eben, deswegen, Entschuldigung, keine Verspätung, noch mal drei Interviews mit unterschiedlichen Medienpartnern geführt. Und jedes Mal gab es wieder die Frage, warum spielt Robert Weber so wenig, warum spielt der so wenig. Wenn Sie Interesse haben, fragen Sie meinen Kollegen Kai, er hätte bestimmt gerne mit zwei Langzeitverletzten diese Luxusprobleme, die wir gerade haben in unserem Kader. Das ist, wenn wir heute zwei passive Spieler haben, mit Christian O'Sullivan und Matthias Musche, dann ist das definitiv keine Entscheidung gegen die Beide. Eher eine Entscheidung für die anderen und für die Mannschaft. Wir haben eine lange Saison vor uns mit drei Wettbewerben, sind Gott sei Dank noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Es wäre grob fahrlässig, sich auf sechs, sieben, acht Spieler festzulegen und die durchbrechen zu lassen. Ein hohes Verletzungsrisiko. Wir sind wirklich, wirklich sehr, sehr froh, eine Alternative zu Robert Weber zu haben. Wir haben zwei sehr gute Spieler auf dieser Position. Wenn Robert in der letzten Saison etwas passiert wäre, dann wären unsere Ziele, der HB-Pokal und auch die anderen Ziele, stark gefärbt gewesen. Dieses Jahr ist das so, natürlich wird Robert Weber, es wird ihm nichts passieren, wird fehlen, aber wir haben dazu Alternativen. Und ich bin sehr froh über die Zusammenstellung unseres Kaders und unserer Mannschaft, dass dort so viel Qualität vorhanden ist. Jeder gegnerische Trainer sagt das auch immer wieder und belobt das. Trotzdem werden wir auch noch unsere Zeit brauchen, um uns als Team zu finden. Das haben die letzten Spiele auch schmerzlich gezeigt. Das ist definitiv so. Ich glaube, das waren heute auch zwei Mannschaften, die ähnliche Erlebnisse in den Spieltag davor hatten. Deswegen bin ich umso glücklicher und stolzer auf die Mannschaft, dass sie sich heute mit zwei Punkten belohnt hat. Vielen Dank. Dankeschön, Bennet. Ja, was kann Steffen noch ergänzen? Also ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass für uns heute gerade die letzten zehn Minuten extrem wichtig waren, wo die Mannschaft gezeigt hat, dass sie den Biss hat, dass sie auch konzentriert und geduldig spielen kann. Und letztendlich, glaube ich, war es dann doch der verdiente Sieg, den wir eingefahren haben. Und es ist halt einfach ein Spiegelbild der Liga. Also wenn man andere Mannschaften sieht, die, ich sage mal, zu Hause mit zehn verlieren und auswärts plötzlich mit elf gewinnen. Das ist nun mal die Dichte, ist wirklich sehr, sehr eng geworden. Und jedes Spiel muss hart erkämpft werden. Und da entscheidet in vielen Sachen eben auch die Tagesform. Und darauf muss man sich einstellen. Es gibt keine Spiele, die man im Vorbeigehen macht. Ob das ein Aufsteiger ist, ich glaube, gegen größere Mannschaften ist sowieso die Motivation schon da. Aber das sollte man auch immer ein bisschen im Blick halten. Und ich glaube, dass die Mannschaft heute wieder einen guten Schritt gemacht hat. Für uns ist halt wichtig, dass wir darauf aufbauen und das das nächste Mal vielleicht noch ein Stückchen besser machen. Also ich bin sehr froh und sehr stolz, dass die Mannschaft das so in der Form hinbekommen hat und die zwei Punkte eingefahren hat. Mehr kann ich dann auch nicht zu sagen. Danke. Danke, Steffen Stieble. Fragen von Seiten der anwesenden Medienvertreter? Sieht nicht danach aus. Alle Unklarheiten schon beseitigt. Wir haben noch das Resultat, das vom frühen Abend Füchse gegen Stuttgart 28 zu 25. Und weitere Spiele gab es hier heute nicht. Ansonsten danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen ein langes Wochenende mit dem Feiertag. Den Gästen nach Wetzlar eine angenehme Heimreise. Erfolgreiches Spiel am nächsten Mittwoch bei euch hier gegen Coburg. Und wir müssen dann am 7. Oktober nach Stuttgart. Wir sehen uns aber wieder hier in der GT-Arena am 16. Oktober dann zum Heimspiel gegen Balingen-Weilstätten. Recht herzlichen Dank. Bis dahin und auf Wiedersehen. Wir sehen uns aber auch wieder in der GT-Arena am 16. Oktober nach Stuttgart.